Wir spielen Schmelze im Randgebiet mit Benedikt. Ich werde mal auch schwarz nehmen, dann passe ich mir ins Bild rein. Wir haben keine Heilung dabei, dafür haben wir drei Tanks und einen Foxtrot. Die Gegner haben Alani Heilung. Und nur Shane als Tank, naja gut. Ja, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das gut ist oder nicht, wenn wir viel tanken, weil wir müssen ja auch Schergen kaputt machen können. Aber Shane zumindest ist ein Meister, das vielleicht hilft, das was. Ja, mal gucken. So, Galilea ist auch mit uns hier, da drüben ist auch noch Shane. Mal gucken, ich fahr jetzt einfach mal hier ab. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal einen Gegner gesehen habe, der da wartet. Eigentlich ist die Position recht cool, zumindest für Benedikt. Oder auch generell für andere Handkämpfer auch. Der Fabrik, Sicherheit geht vor! Da haben wir... Ah, da gab es noch mehr Erfahrungen, cool. Das ist überall, wo ich Schaden gemacht habe an den Schergen. Versuch es nochmal, Sportswunsch! Da gab es 37 Erfahrungen. Das ist vielleicht anteilig. Da ist schon der erste Level auf... Sehr gut. Ne, ich mach mal hier. Bisschen so. Und unsere gehen rein. Unsere... Ja. So, zack da. Ja, Moment mal. Können wir den noch? Ja, schade. Gehen wir da. Unten ist Bennet. Die kriegen hier nix mit, ne? Warum kriegen die nix mit? Ey, ich bin hier oben. Aber ihr könnt mich gar nicht treffen. Ja, können sie doch. Aber ich kann immer wieder zurückgehen. Weil ich so cool bin. Bringen sie in sich ja zum Altar. Jetzt ist Mike da drüben. Raubvogel! Ja, die wollen das aber auch wissen. Haben die... Haben die auch einen Benedikt? Habe ich nicht aufgepasst gerade? Haben die gar nicht. So. Aber die ihrer Schergen kommen nicht wirklich durch bisher. Das ist ein bisschen schlecht. Ne, den müssen wir aufhalten hier. Das geht nicht anders. So, jawoll. So, bitte die Splitter einsammeln. Nicht Alani lassen. Oh ja. Zack, komm. Haben wir sie erwischt? Ne. Natürlich nicht. Na, ich glaube, das war nicht so gut. Was ist denn hier jemand, der noch Schaden auf uns macht? Außer die kleinen, blöden Roboter. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? So, aber gut. Wenn wir hier noch stehen und Shane da vorne Faxen macht, sind wir ja relativ sicher. Ach, das war Alani von denen. Oh oh. Ne, das ist nicht gut. Da müssen wir weg. Ja, ich geh mal zurück. Ist besser. So, ist hier unten ist schon mal keiner. Das ist Alani von denen. Oh, da sind auch Roboter. Doch mal als erstes auf den Hirten. Ja, da ist. Bam, kaputt. Da ist Mike. Ich bin keine Marionette. Jetzt legen wir richtig los. Zack. Getroffen. Ach, Misty. Ding anscheinend direkt da. Schade, schade, schade. Oh, da drüben ist er. Aber wir haben ordentlich gepunktet. Wir haben noch die Splitter ab. Zack, abgestaubt. So, Mike, na? Hast du gleich ein Problem? Nein, er ist... Na, das Kaldarius. Den hatten wir bisher noch nicht. Ich muss gar nicht nachladen. Diesen blöden Geschütz, was da rumsteht. Wollte ich es von hier mal kaputt machen? Jawohl. So, da gab es... Oh, gab es nur 19 Fällen. Huch. Auch noch mit überschildt. Mist. Ging schon wieder daneben. Ja. Ja, das ist ein bisschen schwer, ne? Die auseinanderzuhalten. Aber der hier sieht so lustig aus mit seinen Ballons. Die Seite hier ist ein bisschen schwerer, als die andere von eben drüben. Und Feind ist rausgegangen. Ist ein bisschen schade für die. Okay. Komm ich noch weg. Das wäre natürlich... Schön, aber die hat den... Schild, Schild, Schild. Nee. Doch. Jetzt. Sehr gut. So, Antriebstempo haben wir jetzt auch. Geh mal. Ja, bei der Deklater nicht so viel. Können wir uns auch vollheilen lassen. Da oben können wir uns schon mal hier. Sehr gut. Nächster Teil. So, jetzt. Ach, die haben beides. Die haben... So, jetzt habe ich ihn. Oder auch nicht. Nein, der... Rennst du weit weg? Aber jetzt bin ich's auch. Mist. So, aber zumindest sind wir noch in Führung. Das ist ja schon mal gut. Nein. Den hätte ich mir sonst auch noch gern geholt. Oh, yo. Versetzt. War da jemand? Nee. Da ist aber so ein... Verlangsamungsding oder Verschnellerungsding. Oh, oh, da kommt ein Mike an. Ja. Gegnerische Shane. Bam. Ich... Ja. Kommt leider nicht hochspringen. So, da war gerade noch der Foxtrot. Da ist ein Mike. Bleibt der jetzt oben stehen? Das wäre natürlich... Ach, Mist. Sehr gut. So, wer... Der Kleine hier, der macht doch nicht so viel Schaden an mir. Von allen Seiten. Zack. Verwirrt es ihn? Wenigstens ein bisschen? Anscheinend nicht. Ach, Mann. So, unser Foxtrot weiß anscheinend nicht, dass man sich auch teleportieren kann, um sich voll zu heilen. Das ist ein bisschen schade. Oh, Kaldarius. Ist aber noch voll. Was ist denn jetzt schon wieder? Das Ding springt weiter von dem. So. Der rennt weg, aber auch zurecht. So, den hole ich mir jetzt. Bam. Äh, Mist. Kann er entkommen? Vielleicht, vielleicht doch nicht. Ja, doch. Hat er geschafft. Aber müssen wir nicht sowieso hierher? Die haben doch hier ihren Heilturm. Ja. Ist der damit jetzt gerade weggerannt, oder? Ist der neu hier? Weiß man nicht. Der hatte die Vollautomatik an, oder? Kann das sein? So. Aber, obwohl das so ein bisschen seltsam aussieht, was ich hier mache, führen wir trotzdem noch. Aber ich bin erst Level 4. Eigentlich wollte ich hier gerade Benedikt spielen, um mit Bombenwetter Leute umzulegen. Was bisher überhaupt nicht geklappt hat. Wenn wir hier noch was abstauben? Nee, nicht mal das. Äh, da weißt du, wir gerade unsere Sachen holen hier, ne? Ey, wie viel Schaden macht denn der in der kurzen Zeit? Jawohl. Jetzt haben wir ihn. Das hat er davon. Oh, jetzt. Shane will mich jetzt holen, ne? Das Heilding ist ja gar nicht draußen. Mist. Also ich hab's jetzt gerade wieder erst gesehen, dass ja bei den Gegnern einer rausgegangen ist. War noch Alani. Sie haben gerade keine Heilung und die kriegen das so gut hin. Also wenn wir Glück haben, können wir das hier noch gewinnen? Ja. Wenn wir Glück haben, ne? Weil die sind mal wieder ziemlich gut. Ach ja. Und die Gegner gerade einen? Ja, die haben ihn rausgeholt. So. Noch einen? Oh. Naja, das ist ein bisschen ungünstig. Oh, jetzt hier Battle von den Robotern. Aber wir haben noch einen Raketenvogel bei. Ja, was macht er jetzt? Achtung! Ihr werdet alle sterben! Sehr gut. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne da oben eine fette Rakete noch reinhauen. Das zerplatzt doch an Verbündeten. Damit habe ich nicht gerechnet. Das kriegen wir hier aber ordentlich. So, das ist der Foxtrot. Aber wir haben genug Schergen in einer Runde geholt. Für was ganz Tolles. Da ist wenigstens noch ein Assist. Und jetzt versuche ich mal zurückzukommen. Ja, ohne zu sterben. So, da. Jetzt kommen die alle hier. Das müssen wir noch aufhalten. Nicht, dass die jetzt kurz vor Schluss noch mal ordentlich punkten. So, da war ich kaputt. Und Shane hier irgendwo runter oder ist sie weggerannt? Nee, die ist noch da. Oh, Caldario ist auch da. Irgendwo. Riesenscherbe kommt raus. Keiner weiß wo. Naja, das war gut, aber. Oh, wir haben wieder einen markiert. Ich darf mal den kriege ich noch hin. Nee, wo ist denn der? Ist hier noch ein unsichtbarer? Hallo? Oh. Nee, da will ich nicht in den Näher. Mich gerne heilen lassen. Geht nicht mehr. Doch. Na, das haben wir doch ganz gut hingekriegt. Okay, das war verkackt. So, und jetzt mit der Lenkrakete abschließen. Was? Wie hat die das überlebt? Okay, der ist weg. Was macht denn der da oben jetzt? Als ob der jetzt so genau gezielt hat, bis er da oben drauf sitzen kann. Aber weißt du was? Du kriegst gleich von... Es liegt ein bisschen. Verscheidet, hätte ich jetzt gerne. Die Mega-Rakete reingehauen. Nein, das ist schon wieder Shane. Kommen wir noch weg. Vielleicht können wir hier oben drauf fliegen. Ja, geht. Aber irgendjemand ist... Der war es. Ja gut. So, mal gucken. Den großen machen wir mal noch kaputt. Und dann würde ich auch noch mal so einen Elite-Roboter bauen. So, da ist er kaputt. Nee, die haben nicht noch einen. Ich würde aber gerne doch noch mal einen... auch mal einen Haufen kleine Schergen mit dem Bomben wird er kaputt machen. Bringen Sie ihn zum Min-Rack. Nee, gegen den. Der Feind hat einen Riesenschergen abgesetzt. Der macht auch immer so viel Schein. Der blöde Fox-Trot. Huch. Ich dachte, ich war schon tot. Mal gucken, wenn wir uns jetzt alle hier vereinen und... Knopfdrücke. Heilige Scheiße! Das ist ja der Hammer! Okay. Das war... Okay. Ist hier jemand von denen? Da oben? Achtung! Ihr werdet alle sterben! Ich brauche nur einen. Unsere Feinde haben einen Riesenschergen abgebracht. Hauen Sie ihn auf! Das war gut so. Kaldarius. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ja. Toll. Mist! Ey, passiert es gerade wieder, dass die mit einem Menschen weniger und mehr Skill das jetzt noch in den letzten Minuten rumdrehen? Das Einzige, was... Das kann richtig, richtig gefährlich werden für uns. Ich glaube, jetzt zehn Minuten ist ja Schluss. Dann wird geguckt, wer gerade mehr hat. So. Ja, da habe ich wenigstens einen Kill gekriegt. Oh, jetzt ist Kaldarius da und jetzt zeige ich gerade meine Mega-Rakete. benutzt. Wo kommt der aber? Von AIM? Ja. Das war unser Foxtrot, der hier Sachen ausschaltet. Ja. Oh, und wir haben es geschafft. Das waren acht Punkte nur. Haben wir jemand? Sind alle da. Ihr Team hat einen kleinen Vorteil erlangt. Und dann können wir hier noch was mithelfen. Weil die nicht damit rechnen. So, Foxtrot. Damit hast du nicht gerechnet. Ich muss erst mal noch aufladen hier. Gucken, ob ich die wegschubsen kann. Da rennt Mike weg. So, können wir die so weit belästigen, dass die... ist... Ja, ich sehe es. Ist... Ja, doch. Hat geklappt. Haben sie in Ruhe gelassen. Ja. Ja. Hast du dir so vorgestellt. Oh. Okay, das war gut. So, habe ich getroffen? Ja. Jetzt müsste ich zurückgehen. Ja, doch. Mach ich auch. Oh, wir haben gepunktet. Zack, gewonnen. Das wäre ja noch doch eine knappe Runde. Die Meister von Benedikt. Oh. Level 15, Ben. So, mal gucken, was die Statistik sagt. Ich war doch schon Level 15. Wie soll ich denn das jetzt erst gekriegt? So. Ja, und gewinnen als Angreifer. Haben wir auch geschafft. Ach, ein Spiel mit Level 15 beenden. Nicht nur werden. Noch eins. Doch, eine Runde machen wir noch. Habe ich aber nicht alles angeguckt. So, was haben wir hier? So. Fünf Kills nur und zehnmal gestorben. Wie geht das denn? Was ist denn da passiert? Nur auf Schergen gegangen die ganze Zeit. Der Foxtrot war gut. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, ja. So. So. Ah. Ah, naja. So, dann machen wir jetzt aber Schluss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Battle Born. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.